So, guten Morgen! Wir wollen uns heute beschäftigen mit Problemen formaler Sprachen hier in unserer Reihe zum Thema Theoretische Informatik und Logik. Formale Sprachen sind eigentlich nicht das Hauptthema dieser Videoreihe gewesen. Dafür hatten wir schon einmal eine längere Videoreihe, wo es dann auch um Automatenmodelle und Ähnliches ging. Aber es zeigt sich, dass es auch im Bereich formale Sprachen eine ganze Menge Probleme gibt, die schwer lösbar oder gar nicht lösbar sind. Und die bieten uns ganz gute Beispiele für unser aktuelles Thema, wo es ja um Berechenbarkeit und Unentscheidbarkeit insbesondere gegangen ist. Außerdem gibt es bei der Gelegenheit auch die Möglichkeit, das, was in den früheren Videos zum Thema formale Sprachen gesagt worden ist, noch einmal ein bisschen zu unterfüttern. Denn jetzt haben wir das Handwerkszeug, um auch zu verstehen, warum im Detail einige dieser Probleme so schwer sind. Bisher hatte ich das schon manchmal erwähnt oder genannt, aber hatte es noch nicht genauer erklären können. Okay, also herzlich willkommen zurück. Schön, dass Sie wieder da sind. Mein Name ist Markus Krötsch und Sie sehen den Online-Kurs Theoretische Informatik und Logik der TU Dresden. Zunächst einmal ein bisschen Wiederholung. Wir hatten in der Vorlesung unter dem Titel Formale Systeme der TU Dresden oder dem Videos Formale Sprachen und Automaten in der Videoreihe schon einiges gelernt über Sprachen und auch vor allem über Grammatiken. Grammatiken, das wichtige Ausdrucksmittel, um Sprachen darzustellen. Wir hatten L von G für die Sprache geschrieben, die eine bestimmte Grammatik erzeugt und hatten dann viele Dinge gelernt. Unter anderem zum Beispiel hatten wir uns mit dem sogenannten Schrittproblem regulärer Grammatiken beschäftigt. Ja, das sieht so aus. Gegeben sind zwei reguläre Grammatiken, G1 und G2. Wir fragen uns, haben diese beiden Grammatiken einen nicht leeren Schnitt in dem Sinne, dass sie jeweils eine Sprache erzeugen, die gemeinsame Wörter hat. Ja, also sind die Sprachen der Grammatiken überschneidend. Ja, das ist also das Schnittproblem regulärer Grammatiken und von dem wissen wir aus der Vorlesung, aus diesen Videos, dass es ein entscheidbares Problem ist. Wir können dieses Problem lösen. Das können Sie auch gleich sich überlegen, wie ging das nochmal? Haben Sie hoffentlich noch ein bisschen im Kopf, ja. Reguläre Grammatiken. Eine von vielen Möglichkeiten, reguläre Sprachen darzustellen. Die gängigere und noch verbreitetere Methode ist natürlich mit endlichen Automaten und wir wissen, dass man zwischen diesen Darstellungen hin und her transformieren kann und das ist dann auch schon der Lösungsweg. Denn wir können natürlich für die Grammatiken entsprechende Automaten finden und können diese Automaten dann so kombinieren, dass genau der Schnitt der Sprachen erkannt wird. Das war die sogenannte Produktkonstruktion mit zwei Automaten. Eine einfache polynomielle Konstruktion, die einen neuen Automaten hervorbringt und von diesem Automaten kann man dann die Leerheit testen, also herausfinden, ob ein Wort in dieser Schnittsprache liegt, indem man die Leerheit dieses Automaten prüft. Auch das ist nicht einfach, äh, nicht schwer. Man muss lediglich schauen, ob es einen Pfad vom Start zum Endzustand gibt. Okay, so kann man das also entscheiden. Ein einfaches Problem in diesem Sinn. Andererseits haben wir gelernt, dass Schnittprobleme nicht grundsätzlich einfach sind. Denn wenn ich statt regulären Grammatiken an der gleichen Stelle kontextfreie Grammatiken zulasse, dann wird das entsprechende Schnittproblem unentscheidbar. Und warum das so ist, das haben wir bisher nicht erklärt, denn wir hatten nur, äh, hatten dazu nicht die richtigen Werkzeuge. Ja, ich konnte Ihnen das bloß so sagen, dass es eben nicht geht und offensichtlich funktioniert die Idee mit den Automaten hier nicht so einfach. Aber, ähm, das heißt ja natürlich erstmal noch nicht, dass es nicht irgendwie anders gehen könnte und dass das wirklich nicht möglich ist. Das kann man erst sehen, wenn man die entsprechende Werkzeugkiste sich parat gelegt hat. Und die haben wir jetzt vor allem auch in Form von Postschinn-Korrespondenzproblemen, das ich Ihnen im letzten Video ausführlich erklärt hatte. Okay, wir wollen also jetzt zur Aufwärmung als erstes mal zeigen, dass das wirklich stimmt. Das Schnittproblem, Kontextfrage, Grammatiken ist unentscheidbar. Wie kann man Unentscheidbarkeit zeigen? Dafür haben wir ja jetzt schon eine Reihe von Methoden kennengelernt. Wir wissen, wir können manchmal diagonalisieren oder wir zählen irgendwas und machen Kardinalitätsargumente. Das ist aber ziemlich indirekt. Aber natürlich die gängigste Methode ist mit Hilfe von Reduktionen. Wir reduzieren ein bekanntes, unentscheidbares Problem auf das neue Problem, von dem wir auch die Unentscheidbarkeit zeigen wollen. Und durch diese Reduktion ist dann bewiesen, wenn man das neue Problem lösen könnte, hätte man ja auch das alte schon als unentscheidbare Kante gelöst. Und deshalb kann das nicht möglich sein. Okay, genauso wollen wir hier vorgehen und wir reduzieren von einem bekannten, unentscheidbaren Problem. Und das ist jetzt nicht schwer herauszufinden, welches das sein soll, denn sehr viele unentscheidbare Probleme haben wir ja gar nicht zur Verfügung. Und dabei sind die meisten natürlich direkte Probleme gewesen, die mit Turing-Maschinen zu tun haben und die jetzt man vielleicht auch oder sicherlich auch in Sprachen darstellen könnte, aber wo man einen längeren Weg zurücklegen müsste. Ja, eine Turing-Maschine und eine formale Sprache sind erst mal nicht die gleichen Arten von Dingen und man muss eine Menge kodieren, wenn man von einem zum anderen will. Diese Arbeit hatten wir uns aber im letzten Video eben schon gemacht mit dem Post'schen Korrespondenz-Problem und hatten damit ein Problem, was mit Wörtern zu tun hat. Ja, Sie erinnern sich, Post'sches Korrespondenz-Problem, es gab dieses Dominospiel, oben und unten steht jeweils ein Wort. Das heißt, das ist schon gar nicht so weit entfernt von Grammatiken. Ja, man hängt Wörter hintereinander, indem man Dominos aneinander legt. Das könnte man doch mit Grammatiken auch darstellen, oder? Okay, und genau das wollen wir im Prinzip machen. Also wir wollen eine Many-One-Reduktion angeben. Das ist nicht nötig, um Unentscheidbarkeit an sich zu zeigen. Man könnte auch eine Turing-Reduktion angeben, aber in unserem Fall wird es eine stärkere Many-One-Reduktion sein und die wird vom Post'schen Korrespondenz-Problem ausgehen. Wie könnte das gelingen? Ja, im Prinzip für so eine Many-One-Reduktion muss man zunächst annehmen, man hat eine gegebene Instanz des PCPs. Ja, wir reduzieren eine Instanz vom PCP auf eine Instanz dieses Schnittproblems. Instanz, was ist eine Instanz vom PCP? Naja, das sind eine ähnliche Anzahl von Dominotypen, von denen wir beliebig viele Dominos jeweils verwenden dürfen, um das PCP zu lösen. Also das ist eine Instanz des PCP. Und aus dieser Instanz des PCP wollen wir jetzt ganz allgemein eine Instanz für das Schnittproblem konstruieren. Das bedeutet, wir benötigen zwei Grammatiken. Und das heißt, die nenne ich jetzt hier Gx und Gy, diese beiden. Hat schon ein bisschen den Hinweis auf die Beziehung, die die zu der PCP-Instanz haben, wenn man die Notation noch in Erinnerung hat. Und was gelten soll, ist natürlich, dass diese Reduktion korrekt ist. Das heißt, dieses PCP hat eine Lösung genau dann, wenn das Schnittproblem eine Lösung hat. Also die Frage für das Schnittproblem mit Ja beantwortet werden müsste. Das heißt, die beiden Sprachen, die die Grammatiken darstellen, einen nicht leeren Schnitt haben. Okay, so wollen wir es also machen. Und jetzt muss man etwas erfinderisch sein und sich überlegen, ja, wie könnte man jetzt Grammatiken konstruieren oder allgemein, wie könnte man, welche Sprachen sollten das hier sein, damit der Schnitt dieser Sprachen genau dann nicht leer ist, wenn wir für dieses Dominospiel eine Lösung finden. Und die wichtigste Idee, vielleicht haben Sie schon eine Idee, wie man das machen könnte, die wichtigste Idee dabei ist, dass die beiden Grammatiken bzw. die beiden Sprachen, die sie darstellen, genau die Wörter kodieren, die man durch Zusammenlegen, durch Hintereinanderlegen von Dominos oben bzw. unten bei dem PCP konstruieren kann, also erhalten kann. Wenn ich das aber einfach so mache, dann ist das vielleicht noch ein bisschen zu schwach. Ja, stellen Sie sich vor, ich habe eine Sprache, die mir alles gibt, was ich auf den oberen Hälften der Dominos lesen kann, wenn ich die Dominos irgendwie aneinander lege und eine andere Sprache, die mir alles gibt, was ich unten lesen kann, wenn ich Dominos irgendwie aneinander lege. Das kann man sicherlich konstruieren, aber das würde noch nicht ausreichen, denn selbst wenn diese beiden Sprachen ein gemeinsames Wort haben, heißt das ja noch lang nicht, dass das gemeinsame Wort auch dadurch entstehen kann, dass man die gleichen Dominos oder die Dominos gleicher Typen in eine Reihe bringt. Sie wissen, beim PCP muss natürlich oben und unten das gleiche Wort entstehen, aber es muss auch oben und unten gleichzeitig entstehen durch die gleichen Dominos. Das heißt, es reicht nicht nur aus, einfach nur die Sprache der oberen und der unteren Wörter zu definieren und deren Schnitt zu testen, das würde noch nicht reichen, um eine PCP-Lösung zu haben. Was wir machen müssen ist, wir brauchen die oberen Wörter gemeinsam mit der Art, wie sie aus Dominos erzeugt worden sind. Also sagen wir mal, es muss irgendwo noch eine Aufzeichnung darüber geben in dem Wort, welche Dominotypen wir verwendet haben, um das Wort zu erzeugen hintereinander. Und wenn diese Aufzeichnung über die verwendeten Dominotypen gegeben ist, dann kann das Wort der anderen unteren Sprache nur dann übereinstimmen, wenn es einerseits das gleiche Wort erzeugt, aber andererseits auch die gleichen Dominos verwendet haben. Und wie wir das kodiert bekommen, das zeige ich Ihnen gleich. Okay. Wir schauen uns alle ganz allgemein eine Instanz vom PCP an. Das ist auch allgemein so, wenn Sie eine Many-One-Reduktion angeben von irgendwas auf irgendwas, dann müssen Sie natürlich mit allgemeinen, nicht näher bestimmten Eingaben arbeiten. Also wir schreiben das ganz allgemeine PCP, da kommen drei Punkte hier in der Mitte vor, weil wir halt nicht wissen, wie viele Dominotypen es gibt. Und das sind jeweils Wörter x1, y1, x2, y2 und so weiter beteiligt. Okay. Das ist also irgendeine Instanz vom PCP. Und wenn wir für die jetzt schon was zeigen können, dann haben wir es für alle gezeigt. Manchmal, wenn man solche Konstruktionen macht oder beweise, dann kann man nicht ganz so allgemein arbeiten. Dann fängt man zum Beispiel an, als nächstes eine Fallunterscheidung zu machen und zu sagen, okay, wenn es so aussieht, dann machen wir das, wenn es anders aussieht, machen wir es anders. Hier kann man wirklich aber mit einer allgemeinen Konstruktion arbeiten, die für alle Instanzen gleich sein wird. Okay. So sieht also unser PCP aus und oben steht x, unten steht y, so wie auch die Grammatiken genannt werden. Die Grammatik wird jetzt wie folgt definiert. Und da finden Sie hoffentlich das wieder, was ich gerade so vage angedeutet habe. Und das ist wahrscheinlich leichter zu verstehen, wenn man sieht, wie es wirklich gemeint war. Ich definiere mir zunächst die Grammatik gx. Die hat verschiedene Teile, Variablenmenge, eine Menge an Symbolen, die Produktionsregeln und ein Startsymbol. Das Startsymbol nenne ich s, wie wir das meistens getan haben. Tatsächlich ist es auch schon die einzige Variable. Es gibt überhaupt nur die eine Variable s. Mehr brauchen wir nicht für diese Grammatik. Die Symbole, über denen wir arbeiten, sind zum einen die Symbole aus dem Alphabet für die PCP-Instanz, Sigma. Also das heißt, die Symbole, die hier in den Wörtern oben und unten auf den Dominos vorkommen. Und zusätzlich noch Symbole 1 bis K. Das ist also die Anzahl meiner Dominos. Und ich gehe davon aus, ohne Beschränkung der Allgemeinheit, dass diese beiden Mengen sich nicht überschneiden. Also 1 bis K sollen bitte nicht als Symbole hier vorn vorkommen. Wenn doch, könnte ich auch irgendwas anderes nehmen, statt 1 bis K. Alles klar. Also das soll eine desjunkte Vereinigung sein. Irgendwelche Symbole müssen hier hinten stehen, die mir auf die Dominos verweisen. Das ist das entscheidend. Und, ja gut, das Wichtige passiert jetzt natürlich in den Regeln. Und zwar sehen die so aus. Ich ersetze, ich darf das Startsymbol ersetzen durch ein Zeichen i. i ist eine Zahl, steht hier hinten, zwischen 1 und K. Also ein Zeichen aus diesem Bereich hier. Ein i gefolgt von s. Gefolgt von x i. x i ist also das obere Wort auf dem Domino mit dem Index i. Domino Nummer i hat oben x i stehen. Also darf ich diese Regel nehmen. Und ich habe noch eine zweite Regel. Die zweite Regel ist einfach nur die, die ich verwende, um abzuschließen. Auch hier gebe ich i und x i hintereinander an, aber ich füge kein s in die Mitte ein. Das heißt, an der Stelle ist die Grammatik fertig, hat ein Wort produziert. Okay, erstmal erste Erkenntnis, das ist eine leicht zu berechnende Grammatik. Also was ich hier angebe als Bildungsvorschrift, ist sicherlich implementierbar. Das ist natürlich wichtig. Wenn wir eine Many-One-Reduktion machen, dann muss es auch möglich sein, diese Umformung im Prinzip zu implementieren. Wie ich schon manchmal gesagt habe, ist es nicht immer nötig, dass wir wissen, wie genau die Implementierung aussehen muss. Aber wir müssen klar sehen, dass es möglich ist, eine anzugeben. Okay, und mit gy tun wir das Gleiche. Das ist also analog nur mit den entsprechend unteren Teilen der Dominos. Okay, gut, so sieht das Ganze also aus. Ja, ganz einfache Regeln. Vorne die Indizes der Dominos an jedem Wort. Hinten die entsprechenden oberen oder unteren Teile der Dominos. Jedes Wort hat also die Form Folge von Zahlen und dann Folge von hintereinander gehängten Wörtern aus den Dominos. Und zwar oben wie unten. Okay. Und das soll schon die wesentliche Konstruktion gewesen sein. Jetzt muss ich nur noch argumentieren, dass das Ganze funktioniert. Zunächst einmal hier nochmal die Zusammenfassung von dem, was sich da ergibt. Ja, das können Sie sehen. Also die Sprache der L von GX beziehungsweise GY sieht so aus. Sie haben vorne die Indizes, hinten die Wörter. Und natürlich müssen wir bedenken, das wächst von innen nach außen. Das heißt, das erste Wort, das wir gewählt haben, ist am Ende ganz hinten. Das zweite Wort, was wir wählen, ist der vorletzten Platz und so weiter, bis das Innerste dann direkt in der Mitte landet. Also das ist in gewisser Weise gespiegelt, diese Ketten. Okay. So sieht das Ganze also aus. Jetzt müssen wir nur noch zeigen, dass das die richtige Lösung ist. Also dass das funktioniert. Wie geht das? Ich behaupte, das kann ich ganz einfach in einer Kette von Schlüssen Ihnen beweisen. Und das machen wir jetzt mal schnell. Und Sie konzentrieren sich auf die Folien. Wann also ist dieser Schnitt nicht leer? Wann kommt es vor, dass ein Wort hier vorkommt und ebenfalls hier vorkommt? Naja, es muss die gleichen Zahlen benutzen und es muss hinten das gleiche Wort anschließen sich. Nicht unbedingt in der gleichen Aufteilung. Aber es muss das hier hinten, alles was hier mit x beschriftet ist oder was hier mit y beschriftet ist, ist ein Wort über dem Alphabet Sigma. Und diese Wörter müssten bei beiden Fällen gleich sein, ebenfalls die Sequenzen der Zahlen. Okay. Das heißt, dieser Schnitt ist genau dann nicht leer, wenn es eine Sequenz von Indizes gibt, von diesen Zahlen 1 bis k. So, dass für diese gleiche Sequenz die Wörter, die dann entsprechend entstehen, auch gleich sind. Also der hintere Teil ist ebenfalls gleich. Das ist aber nun wiederum genau dann der Fall, wenn es ebenso eine Sequenz gibt, sodass die hinteren Teile gleich sind. Ja, also hier habe ich noch den vorderen Teil geschrieben, weil der in der Definition vorkam. Also ich brauche ja ein Wort aus der oberen und ein Wort aus der unteren Sprache. Und die Wörter müssen gleich sein. Also ist da, das sind die Is mit drin. Aber man sieht natürlich, klar, egal wie ich die Is wähle, der vordere Teil, der aus den gleichen Is besteht, der ist ja links und rechts exakt identisch. Das heißt, der ist in jedem Fall gleich. Bei dieser Gleichung kommt es nur darauf an, dass auch der hintere Teil übereinstimmt. Das ist das, was hier ausgedrückt wird. Okay, es gibt also eine solche Sequenz von Domino-Indizes, sodass die oberen Beschriftungen der Dominos gleich sind der unteren Beschriftungen der Dominos, wenn man sie hintereinander hängt. Und das bedeutet letztlich, die PCP-Instanz hat eine Lösung. Jetzt sagen Sie vielleicht, ja, aber die Kette ist doch falsch rum. Hier habe ich von 1 bis L und, pardon, im Wort habe ich von L bis 1 und ich brauche aber doch im PCP die Instanz von 1 bis L. Aber es ist natürlich klar, dass es egal ist, wie rum ich die gewählte Domino-Reihenfolge abspeichere. Es ist sozusagen so, dass diese Wörter einfach nur die gewählte Sequenz verkehrt herumstehen haben am Anfang. Aber da die sowieso in diesem Schritt wegfällt, ist mir das dann auch egal. Also ich kann das vorwärts wie rückwärts lesen, das PCP hat ja auf jeden Fall eine Lösung. Ich kann auch jede PCP-Lösung natürlich nicht umdrehen, die hat eine Richtung, aber die Indizes kann ich umdrehen, so wie ich möchte. Okay, gut. Also, wenn diese beiden Grammatiken ein gemeinsames Wort haben, dann gibt es eine Möglichkeit, die Dominos hintereinander zu legen. Das alles stimmt. Okay, schön. Damit haben wir also das erste technische Ergebnis erreicht. Das ist auch schon vielleicht das Komplizierteste, was ich in diesem Video zeigen möchte im Detail. Jetzt können wir eine ganze Menge anderer Dinge machen, die davon zehren, die das nutzen. Dieses Resultat bringt uns also wieder ein bisschen näher an die formalen Sprachen ran. Jetzt haben wir was über Schnitte gelernt von formalen Sprachen und damit können wir wieder eine ganze Menge anderer Dinge erkennen, die wir noch nicht ganz klar gesehen haben beim letzten Mal, als wir die Videos dazu gesehen haben. Zunächst aber noch mal ein bisschen Wiederholung als formale Systeme. Wir haben eine Reihe von Dingen dort gelernt. Zum einen wissen wir, dass man kontextfreie Grammatiken auch als Kellerautomaten darstellen kann und umgekehrt und dass man das berechnen kann. Also, ich kann den Automaten für die Grammatik berechnen und die Grammatik für den Automaten. Außerdem wissen wir, es gibt eine Sonderform der kontextfreien Grammatiken oder Sprachen. Das sind die deterministisch kontextfreien Sprachen und die entsprechen genau den deterministischen Kellerautomaten. Okay. Dieser Satz, der hier steht, fasst jetzt verschiedene Einsichten zusammen, die wir zu dem Thema hatten. Zum einen, das Leerheitsproblem für kontextfreie Grammatiken ist entscheidbar. Also, ich kann herausfinden, ob es überhaupt ein Wort gibt in so einer Grammatik. Außerdem ist bekannt, kontextfreie Sprachen sind unter Vereinigungen abgeschlossen. Das gilt natürlich immer, wenn ich eine Grammatik angeben kann. Ich kann die Grammatikregeln ja sehr leicht miteinander vereinigen und dann habe ich auch die Vereinigungssprache. Nur in wenigen Fällen, in denen die Grammatik ganz bestimmte Auflagen zu erfüllen hat, kann es sein, dass durch die Vereinigung das nicht mehr korrekt ist. Ja, dann haben wir sowas nicht. Aber in kontextfreien Grammatiken geht das sicher nicht. Und dritter Punkt, deterministisch kontextfreie Sprachen sind unter Komplement abgeschlossen. Auch das erinnern Sie sich hoffentlich ein bisschen daran, wieso das funktioniert. Deterministische Automaten lassen sich meist leicht komplementieren, weil ich immer nur genau einen Berechnungspfad habe, der mich zu einem einzigen Ergebnis führt. Und wenn ich möchte, dass das Ergebnis genau das Komplement ist, also genau das Gegenteil liefert, dann muss ich einfach nur die Bedeutung des Ergebnisses, also ob es ein Endzustand ist oder nicht, der am Ende erreicht wird, austauschen. Das heißt, ich kann durch Austauschen der End- und Nicht-Endzustände schon relativ gut komplementieren. Das ist ein bisschen vereinfacht bei den Kellerautomaten. Durch den Stack und durch die Epsilon-Übergänge, die es da gibt, gibt es noch ein paar Komplikationen. Aber im Prinzip ist das die Idee. Deterministische Dinge lassen sich leicht komplementieren. Okay, das ist also die Erinnerung. Kellerautomaten, deterministische Kellerautomaten. Ich hoffe, es kommt langsam wieder bei Ihnen, damit Sie dem Rest dieser Folien auch gut folgen können. Jetzt können wir mal eine einfache Beobachtung machen. Die Grammatiken Gx und Gy, die ich gerade konstruiert habe mit den Indizes für das PCP, kann man leicht als deterministische Kellerautomaten darstellen. Die sind nicht nur kontextfrei, sondern die sind auch deterministisch. Wie geht das? Na ja, die Kellerautomaten müssen ja so eine Kette einlesen oder so ein Wort einlesen. Sie würden also das Wort verarbeiten und zwar zunächst diese Indizes lesen. Das sind also Zahlen oder kodierte Zahlen in irgendeiner Form als Symbole. Und die kann ich deterministisch einlesen und auf einen Stack ablegen. Da muss ich nichts entscheiden. Ich merke mir nur die Indizes, so wie sie reinkommen. Und sobald der hintere Teil beginnt, also sobald ich einen Buchstaben, ein Zeichen sehe, was aus Sigma stammt, aus dem Alphabet des PCPs, das kann ich ja erkennen. Das sind ja andere Zeichen als diese Zahlen. Sobald ich das sehe, kann ich diesen Stack abarbeiten. Und zwar so, dass ich jeweils schaue, was ist ganz oben auf dem Stack. Das wurde zuletzt eingelesen und diese Zahl nehme ich vom Stack und akzeptiere an der Stelle nur das Wort, was genau oben auf dem entsprechenden Domino steht. Das heißt, ich habe einen anderen Teil in meinem Zustandsübergangsdiagramm für jedes einzelne Wort und arbeite das dann entsprechend ab und dann nehme ich mir den nächsten Index vom Stack. Das kann man sicherlich irgendwie implementieren und das ist vollkommen deterministisch. Ich muss an keiner Stelle raten. Ich weiß immer genau, was ich als nächstes erwarte. Das heißt, mit dem, was wir schon bewiesen haben, haben wir nebenbei auch gezeigt, dass das Schnittproblem für deterministische Kellerautomaten ebenfalls unentscheidbar ist. Denn wenn ich das so darstelle als Kellerautomaten, dann bekomme ich für jedes beliebige PCP ein Paar von Kellerautomaten, sodass das PCP lösbar ist, genau dann, wenn diese beiden deterministischen Kellerautomaten ein gemeinsames Wort akzeptieren. Das habe ich schon gemacht. Und wir sehen hier auch einen allgemeinen Effekt bei solchen Reduktionen. Wenn ich zeigen will, dass etwas besonders schwer ist, dann reicht es, wenn ich einige Fälle finde, in denen es schwer ist. Also nicht jedes Paar von deterministischen Kellerautomaten ist vielleicht so, dass man schwer entscheiden kann, ob die ein Wort gemein haben. Aber es reicht aus, wenn ich ganz bestimmte Paare finden kann, eben die, die genau dieser speziellen PCP-Konstruktion entsprechen. Und allein diese Untermenge von Paaren ist schon so schwer, dass ich für die das Problem nicht lösen kann. Dann weiß ich auch, das gesamte Problem ist unlösbar, denn es gibt diese harten Fälle. Es reicht natürlich nicht aus, wenn es ein oder zwei harte Fälle gibt. Es müssen schon unendlich viele sein letztlich. Für jedes PCP, was ich mir vorstellen kann, für jede PCP-Instanz, gibt es auch ein Paar von Kellerautomaten. Das heißt, ich habe unendlich viele solcher Paare. Aber sie sind eben, wenn ich sie mit den allgemeinen Formen von Kellerautomaten, deterministischen Kellerautomaten sogar vergleiche, immer noch sehr speziell. Aber das stört nicht weiter. Es ist trotzdem damit gezeigt, dass das Problem schwer ist. Auch wenn es vielleicht auch einfache Instanzen des Problems geben könnte. Okay, gut. Also das heißt, wir haben schon nebenbei dieses Ergebnis auch gezeigt. Gleicher Beweis. Noch ein anderes Problem möchte ich ansprechen. Das Äquivalenzproblem Kontextfreier Grammatiken. Auch das ist unentscheidbar. Wie lautet dieses Problem? Kontextfreier Grammatiken G1 und G2 sind die Eingabe. Und die Frage, die ich stelle, ist, sind die beiden Sprachen dieser Grammatiken genau gleich? Also sind die Grammatiken äquivalent? Auch hier möchte ich also Unentscheidbarkeit zeigen. Und hier müssen wir eine kleine Reduktion angeben. Das ist also nicht einfach nur ein Korollar, was ich gleich ablesen kann. Aber wir müssen nicht wieder den ganzen Weg zurückgehen zum PCP, sondern wir können diesmal eine Reduktion angeben vom Komplement des Schnittproblems. Zunächst einmal sollte man sich fragen, wieso ist das eine zulässige Beweistechnik, wenn ich es also schaffe, das Äquivalenzproblem Kontextfreier Grammatiken zu nutzen, um das Komplement des Schnittproblems Kontextfreier Grammatiken zu lösen. Wieso habe ich dann Unentscheidbarkeit gezeigt? Naja, wir wissen, das Schnittproblem Kontextfreier Grammatiken ist Unentscheidbar, habe ich gerade gezeigt. Und natürlich ist auch klar, das hatten wir in den vorigen Videos besprochen, wenn ein Problem Unentscheidbar ist, dann ist auch sein Komplement Unentscheidbar. Sonst wäre seltsam. Also wenn ich das Problem selbst lösen kann, dann kann ich das Komplement auch lösen, indem ich einfach die Ergebnisse umdrehe. Mit Turing-Reduktion ist das zumindest erlaubt. Das heißt also, wir wissen schon, das Komplement des Schnittproblems ist ebenfalls Unentscheidbar und von dem möchte ich jetzt reduzieren. Um zu zeigen, dass Äquivalenz auch Unentscheidbar ist. Okay, wie gelingt mir das? Wir verwenden wieder die gleichen speziellen Grammatiken Gx und Gy, die wir für unser PCP konstruiert haben. Also Sie sehen, die bringen uns ziemlich weit hier. Wir wissen, wie man einen deterministischen Kellerautomaten für Gx konstruiert. Für Gy wissen wir es auch, aber da brauchen wir es ja nicht. Wir nennen diesen deterministischen Kellerautomaten mal mx. Das ist das, was ich gerade argumentiert habe. Wir wissen auch, dass man deterministische Kellerautomaten komplementieren kann. Das heißt also, wir finden durch einfache Konstruktion einen Automaten, den nenne ich mal so, m quer x, der die Komplementärsprache erkennt. Also genau die Menge der Wörter, die nicht in der Sprache von Gx oder der Sprache von mx zu finden sind. Okay, also das ist der Automat für die Komplementärsprache. Und für diesen Automaten wiederum, das ist jetzt ein Kellerautomat, weiterhin kann man eine Grammatik berechnen. Wie wir das für alle Kellerautomaten können. Das heißt, wir können jetzt diese Komplementärgrammatik uns herleiten. Das ist also die Grammatik g quer, x oder gx quer, die ebenfalls diese Sprache akzeptiert. Also das ist genau das Komplement der Sprache des Automat. Okay, gut. Also wir haben jetzt eine Grammatik für die Komplement, für das Komplement der Sprache, die gx erkannt hat. Und kontextfreie Grammatiken kann man vereinigen. Das hatte ich gerade schon wiederholt und auch nochmal ein bisschen erklärt. Man muss einfach nur die Produktionsregeln im Prinzip vereinigen. Und natürlich die Variablen auch, wenn andere Variablen verwendet werden und die Symbole. Und das heißt, mit dieser Vereinigungstechnik kann ich eine neue Grammatik bilden, die nenne ich mal gx quer y. Und das soll die Grammatik sein, die genau die Vereinigung der Sprachen von der komplementierten gx Sprache und der nicht komplementierten gx Sprache erkennt. Also das ist die, was sind das jetzt? Das sind hier alle Wörter, wenn wir mal wirklich ganz zu Anfang zurückdenken und überlegen, wie wir gx und gy konstruiert haben. Das hier im hinteren Teil wären also alle Wörter, die mit einer Kette von Indizes beginnen, auf die dann eine Kette von Zeichen führt, die genau der unteren Beschriftung der Dominos entsprechen für das PCP. Und der vordere Teil, das sind alle Wörter, die entweder überhaupt nicht diese Form haben, also nicht mit einer Kette von Indizes, gefolgt von einer Kette von PCP-Zeichen, überhaupt beginnen, oder die zwar im Prinzip so aussehen, die aber nicht zu den Dominos passen, also wo die Sequenz an Indizes nicht den oberen Beschriftungen der entsprechenden Dominos entspricht. Das sind genau die Wörter, die eben nicht in unserer gx Sprache lagen. Und das vereinigen wir jetzt. Wo das hinführen soll, werden wir hoffentlich gleich sehen. Vielleicht sehen Sie es auch schon. Was wir beweisen möchten, ist, dass das im Prinzip die Reduktion ist. Also der Schnitt der Sprachen gx und gy ist nicht, wenn der Schnitt der Sprachen, oder nochmal, um herauszufinden, also okay, ich muss das mal in eigener Notation verstehen, die ich hier mache. Wir reduzieren die Frage nach der Leerheit des Schnittes auf die Äquivalenzfrage von zwei Grammatiken. Und die Idee ist so, dass also die Reduktion darin besteht, dass die Leerheit des Schnittes von gx und gy entschieden werden kann, indem man prüft, ob die Sprache, die aus dieser zuletzt dargestellten Grammatik gegeben ist, wo Komplement von x und positiver Teil von y vereinigt worden sind, ob diese Sprache genau gleich ist dem Komplement der x-Sprache. Ich behaupte, wenn diese Gleichheit gilt, dann gilt auch diese Leerheit und umgekehrt, wenn diese Gleichheit nicht gilt, dann gilt die Leerheit nicht. Okay, das soll also angeblich die gesuchte Reduktion sein. Wieso funktioniert das im Prinzip? Ist das, was wir jetzt machen müssen, ganz einfache Mengenalgebra? Wir müssen nur mit den Sprachen so rechnen, als wären das beliebige Mengen. Und dann sehen wir, dass das tatsächlich funktioniert, dass das eine gültige Reduktion ist. Und zwar mache ich das wieder in einem Zug von vorn nach hinten in so einer Schlusskette, bei der ich inzwischen jeweils zwei Sachen genau dann, wenn schreiben kann. Also ich beginne mit der einen Seite, der Schnitt dieser beiden Sprachen ist leer, genau dann, wenn. Die GY-Sprache, das ist jetzt eine von beiden beliebig herausgenommen. Das ist natürlich eine symmetrische Behauptung hier, aber wir haben hier eine nicht symmetrische Reduktion. Und ich nehme hier mal das Y raus und sage also, dieser Schnitt ist leer, genau dann, wenn. Der eine Teil des Schnittes vollständig enthalten ist im Komplement des anderen Teils. Also das Komplement sind genau die Dinge, die nicht in GX liegen. Und wenn also dieser zweite Teil im Schnitt vollständig enthalten ist, in den Wörtern, die gerade nicht im ersten liegen, dann heißt das, der Schnitt ist leer. Das kann man sich also mit Ellipsen skizzieren, wie das genau aussieht. Wie gesagt, das ist eigentlich ganz einfache Mengenalgebra. Ich könnte statt diesen komplizierten Notationen L, GX, L, GY und Komplementärgrammatik von GX und so weiter, könnte ich diese Art von Schlüssen auch mit allgemeinen Mengen machen. A, B und dann hier B und das Komplement von A. Also das ist genau das Gleiche. Es ist nur, die Grammatiken hier sind nur deshalb wichtig, weil wir natürlich am Ende diese Darstellung brauchen. Okay. Das ist also genau dann, wenn der Fall, wenn das enthalten ist in diesem Komplement. Das wiederum ist aber genau dann der Fall und wir wollen ja zu einer Gleichheit kommen, ist genau dann der Fall, wenn dieser Teil, den ich hier oben schon hatte, der GY-Teil, vereinigt mit dem, was hier auf der rechten Seite steht, also in dem es enthalten sein soll, genau gleich ist mit dem, was auf der rechten Seite steht. Eine Richtung dieser Gleichheit ist klar. Also die rechte Seite ist immer enthalten in der linken, denn die linke ist ja eine Vereinigung von der rechten mit noch was extra, mit das Zusätzliche. Aber es könnte natürlich sein, wenn hier wirklich was Zusätzliches vorhanden wäre, was nicht schon vorher im Komplement enthalten ist, dann wäre der linke Teil hier, diese Gesamtvereinigung, größer und dann wären sie nicht gleich. Also gleich sind sie nur dann, wenn dieser Teil vollständig in dem enthalten ist und das ist der Fall, wenn der Schnitt leer ist. Okay. Und Sie sehen, jetzt sind wir schon sehr nah dran an der Formulierung, die wir hier brauchen, denn diese Vereinigung von Sprachen, die haben wir ja dargestellt durch diese eine Grammatik, die Vereinigungsgrammatik und damit wissen wir, das ist gleich, diese Grammatiken sind äquivalent, genau dann, wenn diese Grammatiken einen leeren Schnitt haben. Okay. Gut. Und das ist das Komplement des Schnittproblems, denn das Schnittproblem hatten wir ja so definiert, dass wir gesagt haben, wir fragen, ist der Schnitt nicht leer? Und hier müssen wir, haben wir reduziert von der Frage, ist der Schnitt leer? Okay. Gut. Also Sie sehen, ja, manchmal ein bisschen verwirrend mit den verschiedenen Subskripten und Indizes und so kann man sich nochmal in Ruhe anschauen, aber im Prinzip ist das bloß ganz einfache Mengenrechnung, die wir hier machen. Und halt die richtige Idee, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, ja, man kann eine Gleichheit von Mengen benutzen, um auszudrücken, dass der Schnitt zweier Mengen leer ist und dann muss man es nur noch schaffen, die Mengen, die man dabei braucht, auch entsprechend durch Grammatiken darzustellen und der entscheidende Schritt hier war, dass wir die eine Menge komplementieren können, also die Grammatik beziehungsweise den Automaten komplementieren können, weil es eben deterministisch war. Dadurch ging das. Okay. Diskussion. Eine Diskussion, Anmerkung, die hier noch steht, ist, dass diese Grammatik, die wir konstruieren, nicht unbedingt deterministisch ist. Ja, Sie könnten ja jetzt wieder fragen, ja, haben wir jetzt als Korolla auch noch gezeigt, dass auch für deterministische kontextfreier Grammatiken das Äquivalenzproblem unentscheidbar ist und da muss ich Ihnen sagen, nein, denn was ich hier konstruiert habe, ist nicht unbedingt deterministisch. Es ist eine Vereinigung von zwei Grammatiken und da kann es nicht deterministische Teile geben. Vereinigungen, ja, ist wie ein oder, das neigt immer dazu, nicht deterministisch zu werden. Der Beweis gilt also nicht für deterministische kontextfreier Grammatiken und es ist sogar in der Tat so, dass für den deterministischen Fall der ganze Satz gar nicht gilt. Ja, also das ist eine sehr große Überraschung gewesen, die erst in den, naja gut, relativ jüngerer Vergangenheit, wenn man bedenkt, wie lange formale Sprachen schon studiert werden, also erst in den Nullerjahren ist das bewiesen worden, dass tatsächlich man für kontextfreier, für deterministische kontextfreier Grammatiken Äquivalenz entscheiden kann. Das war eine Überraschung, war auch nicht ganz einfach. Das Papier, dazu habe ich Ihnen hier nochmal angegeben, der Beweis zeigt, dass das Problem entscheidbar ist, indem er etwas tut, was wir auch in den letzten Videos schon besprochen haben. Er zeigt nämlich, dass sowohl das Problem selbst als auch sein Komplement semi-entscheidbar ist. Ja, das bedeutet, es gibt hier wirklich keine Zeitgrenzen, das ist ein reiner Entscheidbarkeitsbeweis, ergibt uns überhaupt keine Abschätzung dafür, wie lange das dauert. Es ist also eher schwierig, es ist also gerade so, dass man geschafft hat, hier die Entscheidbarkeit zu zeigen für den deterministischen Fall. Okay, gut, zweite Anmerkung, aus der Unentscheidbarkeit der Äquivalenz von kontextfreien Grammatiken folgt durch sehr einfache Reduktionen die Unentscheidbarkeit der Äquivalenz für alle Dinge, mit denen man solche Grammatiken darstellen kann. Ganz klar, Kellerautomaten, ja, also es ist klar, wenn Sie zwei Kellerautomaten haben, können Sie nicht entscheiden, ob die beiden Äquivalen sind, denn sonst könnten Sie ja einfach zwei Grammatiken nehmen, in Kellerautomaten übersetzen und dann die Entscheidung treffen, um das zu entscheiden, was wir gerade als unentscheidbar erkannt haben. Okay, das ist klar, Kellerautomaten, Grammatiken sind ja auch äquivalent in ihrer Ausdrucksstärke, das hätte man erwartet. Aber das, was ich hier behauptet habe als Anmerkung, gilt auch für alle Formalismen, die stärker sind als Grammatiken. Es reicht, wenn Sie stark genug sind, um Grammatiken darzustellen. Sie müssen nicht genau den Grammatiken entsprechen. Also zum Beispiel kontextsensitive Grammatiken, das war ja die allgemeinere Klasse, wo es die linear beschränkten Automaten gab als Automatenmodell. Die sind natürlich allgemeiner als kontextfreier, das heißt, Sie können auch alles, was kontextfreier können und das heißt, Sie können auch eben diese Grammatiken, die wir jetzt gerade benutzt haben, darstellen und das heißt, dieser unentscheidbare Teil ist da auch schon enthalten. Das heißt, die Äquivalenz von solchen kontextfreien Grammatiken ist auch nicht leichter. Loop-Programme. Wir haben festgestellt, Loop ist nicht so stark wie While. Nicht alles, was man in Turing-Maschinen machen kann, ist mit Loop machbar, aber man kann eine ganze Menge machen und insbesondere kann man damit kontextfreie Sprachen darstellen. Also Loop-Programme sind auch stark genug, um das zu kodieren und das heißt, auch die Äquivalenz von zwei Loop-Programmen ist unentscheidbar. Und ja, natürlich genauso im ganz allgemeinen Fall bei Turing-Maschinen While-Programmen Typ-Null-Grammatiken. Gut, das hätten wir auch erwartet. Aber Sie sehen also, alles, was irgendwie kontextfreie Grammatiken darstellen kann, wenn ich irgendwie hinbekomme, dass ich die Frage stelle, gibt es ein Wort, was in beiden Grammatiken erzeugt werden kann oder sind die beiden äquivalent in irgendeiner Form, dann ist die Frage in Ihrem Teil entscheidbar. Okay, Sie sehen also, man kann eine Menge Ergebnisse ernten, wenn man einmal so etwas hat und wir sehen auch, wie diese Idee der Reduktionen doch ziemlich kostensparend ist. Wir haben jetzt eine ganze Menge Ergebnisse genannt, die einfach bloß sagen, das ist formal eine Reduktion, Sie könnten das auch als Beweis so aufschreiben, aber im Prinzip sehen wir das ganz schnell und haben aber auch alles, um das formal zu untermauern. Okay, also haufenweise Resultate, ohne so viele Beweise eigentlich zu brauchen. Zum Abschluss möchte ich noch mal ganz kurz in Richtung kontextsensitiver Grammatiken noch mal weitergehen, gerade hatte ich sie schon kurz erwähnt, aber dazu kann man noch etwas mehr sagen. Für kontextsensitive Grammatiken, also das sind die Typ 1 Grammatiken, sind die folgenden Fragen allesamt unentscheidbar. Äquivalenz zwischen zwei Grammatiken, Schnitt, Leerheit des Schnittes oder Nicht-Leerheit des Schnittes ist am Ende egal, wie wir die Frage stellen, aber auch Leerheit der Grammatik selbst. All das ist unentscheidbar. Eins und zwei haben wir schon gerade argumentiert, warum das so ist, weil das auch für kontextfreie Grammatiken schon so war und das nur eine Verallgemeinerung darstellt. Drei gilt auch mit einem recht leichten Argument, nämlich weil kontextsensitive Grammatiken unter Schnitten abgeschlossen sind, das hatten wir schon erklärt und wenn man den Abschluss unter Schnitt hat, dann bedeutet das, dass die Sprache, die hier im zweiten Anstrich genannt wird, also der Schnitt der Sprachen von G1 und der Sprache von G2, dass ich diesen Schnitt auch als eine kontextsensitive Grammatik darstellen kann. Das heißt, ich kann eine Grammatik finden, die genau diese Schnittsprache definiert und dann ist es äquivalent zu fragen, ist der Schnitt leer oder ist das, was diese Schnittgrammatik darstellt, leer und das ist genau die dritte Frage. Das heißt, auf die Art habe ich auch wieder eine Reduktion durchgeführt und habe also gezeigt, dass das beides gleich ist. Wenn ich das dritte testen könnte, könnte ich auch das zweite testen, indem ich das dritte für diese Schnittgrammatik testen. Okay, das heißt, all das ist auch wieder unentscheidbar, haufenweise unentscheidbare Probleme und dazu kann man auch wieder ein paar Bemerkungen noch nachschieben, die wir beobachten können. Vieles, wenn man einmal dieses Grundverständnis hat und viele Dinge zusammenbringt im Kopf, dann kann man relativ leicht Sachen erkennen und gut einschätzen. Da wollen wir natürlich irgendwie auch hinkommen mit so einem Videokurs. So, kleine Bemerkung, Beobachtung, das Schnittproblem ist immerhin semi-entscheidbar. Also, bisher habe ich ja nur gesagt, all diese Probleme, die ich genannt habe in diesem Video, sind unentscheidbar, aber einige zumindest sind auch semi-entscheidbar. Wir können nämlich alle Wörter einer Sprache aufzählen und jeweils testen, ob sie in der anderen Sprache liegen. Und das ist in der Regel möglich. Ich kann also die Wörter irgendwie alle aufzählen, dass das funktioniert. Selbst bei Turing-Maschinen, selbst bei Typ-Null-Grammatiken ist das möglich. Und den Test, ob sie jeweils in der anderen Sprache liegen, der ist natürlich für kontextsensitive und für kontextfreie Grammatiken auch möglich, für Turing-Maschinen nicht. Da kann ich das nicht einfach testen. Wenn etwas nicht in der Sprache liegt, dann werde ich es vielleicht nie erfahren, dass es selbst schon nur semi-entscheidbar ist. Aber das Schnittproblem hier für kontextsensitive Grammatiken ist also noch semi-entscheidbar. Zweite Beobachtung, auch wieder aufgrund von Dingen, die wir schon gelernt haben, hier nur mal neu angewendet, das Kompliment des Schnittproblems ist nicht semi-entscheidbar, weil Komplimente von semi-entscheidbaren Problemen, die unentscheidbar sind, nicht auch semi-entscheidbar sein können. Sonst wäre es ja insgesamt entscheidbar. Sie erinnern sich, zwei halbe Entscheidbarkeiten ergeben eine ganze. Ebenso ist also das Äquivalenzproblem nicht semi-entscheidbar. Da hatten wir eine Many-One-Reduktion vom Kompliment des Schnittproblems durchgeführt. Und da sieht man also, das ist auch nicht semi-entscheidbar. Drittens, das Kompliment des Äquivalenzproblems ist semi-entscheidbar. Wie kann man das schaffen? Wir zählen abwechselnd Wörter von L, G, von G1 und G2 auf. Also wir generieren Wörter aus G1 und Wörter aus G2 immer im Wechsel. Und jedes Mal, wenn wir ein neues Wort haben, testen wir, ob dieses Wort vielleicht gerade nicht in der anderen Sprache liegt. Wenn also die beiden nicht äquivalent sind, dann gibt es irgendein Wort, was in der einen Sprache liegt, aber nicht in der anderen. Und durch diesen Test werden wir dieses Wort irgendwann finden und diese Entscheidung treffen können. Das heißt, das Kompliment des Äquivalenzproblems ist semi-entscheidbar. Und damit sind meine Beobachtungen hier am Ende. Das ist alles, was ich zu diesen Themen noch sagen wollte. Das sind bei weitem natürlich nicht alle Entscheidungsprobleme zu formalen Sprachen, die man untersuchen kann oder über die man noch sprechen könnte im Detail. Wir haben informale Systeme noch einige mehr genannt, aber ich möchte ja auch nicht die ganze Zeit nur Unentscheidbarkeitsbeweise für diese Dinge machen. Ich denke, von den Techniken, die wir jetzt kennengelernt haben, sind wir schon ziemlich weit. Wir können damit die allermeisten Dinge, die ich behauptet habe, informale Systeme formal gut nachvollziehen. Und man kann das in diesem Gebiet der formalen Sprachen noch reichlich anwenden. Und was man natürlich auch sagen muss, in vielen anderen Gebieten der Informatik, in denen wir unentscheidbare Probleme oft antreffen, ist es bequem, wenn man das mithilfe von solchen unentscheidbaren Problemen aus der Sprachwelt zeigen kann. Also vieles, was wir in der Informatik tun, hat mehr mit Wörtern zu tun, als mit Codierung, wie wir sie für Turing-Maschinen verwenden zumindest. Das stimmt natürlich nicht immer. Ja, alles, was mit Programmierung zu tun hat, ist eher an den Turing-Maschinen dran. Aber viele andere Systeme, auch welche, die die Prozesse über Strings in irgendeiner Weise darstellen. Ja, denken Sie irgendwie an Sendmail-Filter oder Apache-Rewrite-Regeln oder so, alles so Dinge, wo auch Unentscheidbarkeiten sich verstecken können. Da ist man ziemlich nah an den formalen Sprachen und oft kann man dann gut so ein schweres Problem aus den formalen Sprachen zu Hilfe nehmen, um gleich zu sehen, dass es auch so eine Unentscheidbarkeit dort gibt. Okay, gut. Insofern ist es auch eine nützliche Werkzeugkiste. Das ist ja auch ein Grund, warum man so viel über formale Sprachen lernt in der Informatik in den grundlegenden Fächern, weil es eben wirklich an vielen Stellen immer wieder auftaucht. Okay, gut. Das war alles für dieses Video. Beim nächsten Mal möchte ich noch ein bisschen über Unentscheidbarkeiten und noch unentscheidbare Unentscheidbarkeiten reden, um nochmal zu klären, ja, wie weit geht denn das eigentlich alles? Ist Semienscheidbarkeit schon das Ende der Fahnenstange oder wie genau sieht die Welt da noch aus, so ein kleiner Ausblick und dann sind wir auch schon fertig mit dem Teilgebiet der Berechnung und können uns in Richtung Komplexität weiterentwickeln. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.